Hallo ihr Lieben, ein zauberhaften Freitagmorgen zusammen. Die Urlaubszeit beginnt in Kürze und da genießt man ja eigentlich zusammen das leckere Frühstück mit der Familie. Und deswegen möchte ich euch heute leckere Schokoladen-Croissants zeigen, die ihr wunderbar schnell zubereiten könnt. Das dauert gar nicht so lange. Es ist ein einfaches Rezept, eine einfache Methode, wie ich die herstelle. Und seid gespannt. Das ist Kochliebe XXL. Das ist mein Kanal. Ihr seht, halten sich die Zutaten heute auch in Grenzen. Ich habe hier 1 Teelöffel Salz, 50 Gramm Zucker, 12 Gramm Trockenhefen, 500 Gramm Mehl, 300 Milliliter lauwarme Milch, 300 Gramm Butter. Die muss im Gegensatz zu Blätterteig, muss die weich sein. Und Schokolade, das sehen wir nachher, wie viel wir brauchen. Wir beginnen zuerst mit dem Zucker und der Hefe und die geben wir zu der Milch hinzu, verrühren das Ganze kurz und stellen das Ganze zur Seite. Nun geben wir das Salz zu unserem Leben und verrühren das Ganze, wie ihr das schon kennt von mir. Nun kommt die Hefe hinzu. Auch den Zucker, der drin hat vergessen, das ist ganz wichtig. Wir verrühren das Ganze gut und dann kneten wir alles so einen wunderbaren Teig zusammen. Den Teig kneten wir jetzt so lange, bis unser restliches Mehl sich hier mit unserem Teig verbunden hat. Das sollte so ein paar Minuten dauern. Natürlich könnt ihr auch eine Küchenmaschine benutzen. Das ist ganz euch überlassend. Was wir jetzt machen, wir teilen uns den Teig in 8 gleich große Stücke. Das kommt jetzt so ganz drauf an. Nur so ungefähr. Sollten halt eben 8 Stücke rauskommen. Die Hälfte haben wir schon mal. Jetzt auch noch mal. Und fertig. Nun nehmen wir uns das Teigstückchen, formen die ein bisschen rund und schleifen wir uns noch ein bisschen ab. Und fahren fort mit dem nächsten. Freunde, drücken wir uns unser erstes Stückchen ein bisschen flach. Wichtig hierbei ist, dass ihr jetzt nur ein Minimum an Mehl benutzt. Und wir rollen uns das kreisrund aus. So gut wie es geht. Und so groß wie ihr es hinbekommt. So ungefähr sollte das ausschauen. Und nun machen wir weiter mit dem nächsten Schritt. Wir nehmen uns jetzt ein bisschen Butter. Eure Butter sollte weich sein. Zu dem Zeitpunkt. Und verstreichen die hier auf euren Hälften. So schaut das schon ganz gut aus. Aufpassen, dass ihr nicht in die Messe reinpickst. Weil das war mir nicht. Schön auch bis zum Rand. Und jetzt rollen wir das nächste aus und machen den nächsten Schritt. Jetzt noch alle acht ausrollen und genauso wieder bestreichen. So, meine zweite Zeit ist fertig. Ich lege das jetzt hier oben drauf. Wie ihr seht, ist es so ungefähr gleich groß. Auch hier gebe ich jetzt wieder die Butter drauf. Auch hier bestreicht ich das Ganze wieder. Und das wiederholen wir jetzt mit allen Teilen, die wir haben. Wir sind jetzt am letzten Teil angekommen. Und unser letztes Teil legen wir einfach oben drüber. Und hier oben kommt jetzt keine Butter mehr drauf. Und wir machen folgendes. Wir wickeln das Ganze in Frischhaltefolie ein. Und jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr gebt es in den Kühlschrank, dann dauert es ein bisschen länger. Oder ihr gebt es ins Eisfach, dann holt ihr es nach einer halben Stunde raus und ihr könnt weiterarbeiten. Und jetzt rollen wir uns den Teig vorsichtig aus. Wichtig hierbei ist, dass ihr jetzt nicht mehr mit Druck arbeitet, wenn ihr aufs Rollen seid. Sondern einfach ganz locker, leicht von innen nach außen. Das ist ganz wichtig. Ich roll das jetzt mal fertig und dann zeige ich euch, wie es ausschaut. Oder ausschauen soll, wenn ich durch bin. Ich habe es jetzt so eingermassen rot bekommen. Und jetzt nehmen wir unseren Pizzaschneider. Wer keine hat, dann nimmt ein Messer. Und wir trennen uns hier acht gleich große Teile raus. So ungefähr sollte das ausschauen. Et voilà. Und wir kommen zum nächsten Schritt. Wir nehmen uns jetzt zum Teil und rollen das ganz vorsichtig ein bisschen aus. So nach allen Seiten. Aber wie gesagt, ohne Druck arbeiten. Das sollte genügend. Jetzt geben wir ein Stück Schokolade hier hinein. Und wickeln uns das Ganze vorsichtig ein. Ziehen das untere Ende nach oben. Und legen das Ganze mit dieser Seite hier. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Mit dieser Seite hier legen wir nach unten. So schaut es auf meinem Backblech aus. Ich denke das Ganze jetzt mit feuchtem Geschirrtuch zu. Und lasst das nochmal so eine halbe Stunde ruhen. Und dann geht es schon gleich ans Backen. Liebe Freunde, zum Schluss fehlt uns noch eins. Wir bestreichen das Ganze mit Eigelb und Milch. Damit unsere Croissants eine wunderbare Farbe bekommen. Und dann gehen Sie bei 200 Grad ober- und unterhitzen für 15 bis 20 Minuten in unseren Backofen. So liebe Freunde, das ist das Ergebnis. Unsere Ressourcen sind richtig lecker geworden. Richtig gut aufgegangen. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch mit reinbeißen. Jetzt kommt natürlich die Oblikatierische Probe. So schaut es aus. Richtig klasse geworden. Und ich beiße da jetzt mal rein. Und habe ich den Stecker. Ist eine tolle schöne schnelle Variante. Kannst du euch echt empfehlen? Packt es nach. Von mir war es das für heute. Ich wünsche euch ein sauberhaftes Wochenende. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Habt eine tolle Zeit. Macht's gut. Wir sehen uns am Dienstag. Vielen Dank.